Wo kommst du denn her? Willkommen zurück zu Far Cry 6. Ich bin gerade auf dem Weg zur nächsten Mission. Da haben wir wieder noch. Oh, da vorne sind wir schon mein Fluch? Nein, werde ich das machen sollen? Mich beamen? Hey, ist da recht endlich? Ich reagiere allergisch auf dume Sprüche. Ich melde mich, wenn ich da bin. Ich wollte nicht da reinfahren. Ja, da kann ich nicht rüber scheißen. Aber da ist ja was. So. Wir müssen den Scheiß, den die hier abziehen, ein Ende setzen. Castillo wiederholt die Geschichte. Meine Geschichte. Yara wurde von Sklaven erbaut und mit Vivero läuft es genauso. El presidente es Afro Yarana und dann merkt die beschissene Ironie nicht mal. Er hat da unten unschuldige Menschen. Menschen aus unserer Show. Wir hatten einen Auftritt in Esperanza. Es kam zu Tumulten und Castillos Propagandaministerin Maria Marquesa hat uns auf die schwarze Liste gesetzt. Die hat mich in ihrer Akademie eingesperrt und wollte mir das Gehirn waschen. Aber ich hatte Glück. Paolo hat mich rausgeholt und meinte, ich soll das vergessen. Aber ich kann nicht. Nicht, wenn da Menschen eingesperrt sind. In Käfigen. Die müssen in ihrer Scheiße schlafen, so wie ich damals. Ich kann sie nicht befreien. Aber du, rette sie! Dann machen wir das auf. Ich bleib hier und halte Ausschau. Ich muss mich beeilen, sonst gibt es Torte. Freiherde Gefangenen. Okay, ja. Aber erstmal... Gucke ich mir das an. Kamera. Ist da noch mehr? Scharfstütze. Ich geh lieber mal runter. Ich geh lieber mal runter. Ich geh hier runter und rein. Augen auf, Dani. Zeit, diese Leute zu befreien. Zeit, diese Leute zu befreien. Ich geh also hin. Ich geh wieder runter. Ist das nicht. Ich geh immer wieder zurück, 춤. Ich geh immer wieder zurück. Ich geh nicht mal wieder zurück. Die können doch durchschießen. Scheiße. Ja, das war nichts. So, wieder zurück. Ich muss gut aufpassen. Freie Gefangene sind bei diesem Schiff. Jetzt habe ich das natürlich alles nicht mehr markiert. Ja, ich helfe dir. Ich dachte, das wäre ein bisschen leiser. Ja, ich helfe dir. 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 Oh. Ich helfe dir. 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 was wir sind überall sicherheitskameras viele menschen ich suche nach der steuerzutage vielleicht was wir raus 95 meter ein bisschen mehr zeit mit dem glas und da muss ich hin da liegt das material herunter ach so aber hier ist ja keiner jetzt muss ich nur noch warten los hier hinter war das irgendwie verbuggt jetzt? da drüben komm schon was? der versucht den da unten zu stoppen what the fuck das wäre das nicht schon langsam hier 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 Jetzt kann ich mal nachrufen. Geh hier hoch. Geh hier hoch. Geh hier hoch. Guck mal. Wo waren die Nachböcher? Sind es die einzigen? Geh hier hoch. 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 Naht! Nauke! Pass! Weg zu der Position! Los! Entendio! Vollpatsch! Ich! ich jetzt schön Wo ist der los? WTF? Wo kommst du denn her? So, da hinten müssen wir den Alarm ausschalten. Die Kamera ist schon da. Wo ist der andere Alarm nochmal? Die Kamera ist schon da. So. Sicherheitsschlüssel. Die Aufnahmen müssen hier drin sein. Ja, jetzt versuchen wir es nochmal. Okay, die Aufnahmen. Wie geht's los? Der Download ist noch nicht fertig. Was ist das? Ja, mach mal den Ding. Durch die Tür kommen sie auch. Ich schweil sie auch. Da waren Sie nicht mit Koltz. Da vorne ist ein U-Di. Scheiße, heil dich. Du musst rein. Nein. Ja. Versperrt mir die Tür. Kann man den mal ins Reifen? Dann zeigst du. Ich hab's. Ich hab's. Oh, wie kann ich den? Ich muss hier raus. So. Ich hab's. Jetzt kann man auch mal in Ruhe dahin gehen. An der Stattung. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Taliya, wo zuher bist du? Da. Das ist Antons perfektes Zebra. Das ist ein angemaltes Pferd. Sie? Aber es macht mich berühmt. Schieß ein Foto. Eins. Und du kannst was erleben. Ich kann gut mit Tieren. Eins ist abgeschlossen. Oh, da vorne ist es ein Gegner. Ähm, ja. Genial. Aber mal ein bisschen johle, so. Da geht es dann weiter in 2000 Meter. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, jetzt mach den mal kaputt. Die Frau da. Das ist ein Typ. Ne, eine Frau. Sehr gut. Äh, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal.